Moin, ich bin der Jules und Uldua ist jetzt seit mittlerweile etwas über zwei Monaten draußen und ich glaube, es wird Zeit für Nerves. Und zwar nicht erst, wenn die Prüfung des Kreuzfahrers rauskommt, sondern am besten jetzt schon bald in den kommenden Wochen. Und Grund dafür war so ein bisschen, vor gut einer Woche oder etwas mehr als einer Woche sind Leaks für Uldua-Nerves rausgekommen. Und ja, also wie die Nerves aussehen könnten, denn wir wissen ja auf jeden Fall, dass Nerves kommen werden. Blizzard hat das selber schon angekündigt und es gibt ja auch eine Heldentat im Spiel, beziehungsweise sogar zwei, wenn man Jogg-Saron entweder ohne, beziehungsweise mit allen Wächtern besiegt, bevor die Nerves kommen. Ich habe euch hier sonst auch einmal die Übersicht der geleakten Nerves zusammengefasst auf Deutsch. Dabei bin ich allerdings nur auf die Hard-Mode-Bosse eingegangen und auch nur auf die relevanten Nerves für die Hard-Modes. Grundsätzlich werden aber alle Bosse von den Nerves betroffen sein und werden nochmal deutlich leichter, wobei insbesondere die Hard-Modes dabei, glaube ich, die relevanten Punkte sind. Sollten diese Nerves tatsächlich so kommen, gehe ich ganz stark davon aus, dass alle Gruppen in der Lage sein werden, die Hard-Modes anzugehen. Und auch zufällig zusammengesuchte Gruppen über den Suche-nach-Gruppe-Chat werden auf jeden Fall den ein oder anderen Hard-Mode mitmachen können. Und ich persönlich glaube, dass das was unglaublich Gutes ist und dass das was ist, was dem Spiel gut tut. Denn wenn man auf Warcraft-Logs mal in die aktuellen Statistiken guckt, dann kann man halt sehen, wie viele Spieler derzeit in Ulduar raiden. Und wenn man das einfach mal gegen die Spielerzahlen von Naxxramas oder den letzten Wochen von Naxxramas hält, dann sieht man, dass man einen enormen Rückgang in der Anzahl der Parsis hat. Also für die einzelnen Klassen oder Skillungen werden ja Parsis hochgeladen, die beispielsweise auch für die Berechnung der Durchschnitts-DPS oder der Quantilswerte benutzt werden. Und hier kann man halt sehen, dass wir einen erheblichen Rückgang hatten. Also von Naxxramas zu Ulduar reden wir jetzt darüber, dass ungefähr nur noch halb so viele, sogar zum Teil nur 40% an Parsis hochgeladen wird. Die Statistik basiert immer auf den letzten zwei Wochen. Das heißt, hier blende ich euch vielleicht einfach mal für Ulduar auch ein, wie viele Parsis es gab. Und in meinem Video damals zu den besten DPS-Klassen in Ulduar hatte ich ja auch gezeigt, dass man für Naxxramas zum Teil über eine Million Parsis pro Skillung hatte, bei einigen sogar noch mehr. Und da kommen wir jetzt halt deutlich nicht mehr hin in Ulduar. Und ich glaube, es liegt einfach daran, weil der Schwierigkeitsgrad dafür sorgt, dass Ulduar und insbesondere die Hard-Modes halt einfach nicht für alle Spieler zugänglich sind. Das ist halt einfach so, dass eine erhöhte Schwierigkeit dazu führt, dass einige Spieler davon quasi ausgegrenzt und ausgeschlossen werden. Und das ist eigentlich was, wo ich sage, hey, das brauche ich nicht zwingend in WOTLK Classic. Und es gab schon mal so einen ähnlichen Effekt in TBC. Das heißt, wenn man sich da mal diese Parsis von Warcraft Logs anguckt, dann hat man gesehen, dass zu T5-Zeiten, also SSC und Tempest Keep, dass die Parszahlen extrem runtergegangen sind. Da hatten wir ja den Fall, dass Lady Vash und auch Kelthas sehr, sehr lange sehr stark waren und Pre-Nerf tatsächlich auch von vielen Gruppen nicht gelegt werden konnten. Und auch Random-Gruppen waren nicht in der Lage, die beiden Endbosse wirklich zu besiegen. Oder zumindest die meisten nicht. Und wenn man dann aber in Black Temple geguckt hat oder Hygel, die ja deutlich einfacher waren als SSC und Tempest Keep, da sind die Parszahlen wieder extrem hochgeschossen. Man hatte also deutlich mehr Spieler, die geradet haben, die in Pucks gegangen sind, ja, und mit denen man raiden konnte. Und ich habe das Gefühl, das tut dem Spiel einfach unglaublich gut, wenn man mehr Spieler hat, mit denen man spielen kann, mit denen man raiden kann und die auch alle die Möglichkeit haben, ja, den gesamten Content zu sehen und auch sämtliche Belohnungen, die es im Spiel gibt, zu bekommen. Und ja, es sieht halt einfach derzeit so aus, dass die Spielerzahl, die raided, deutlich zurückgeht. Vielleicht merkt ihr das ja auch in euren eigenen Raid-Gruppen, dass ihr Probleme habt, die Kader voll zu bekommen oder Leute abwandern. Ich hatte das ganze Thema ja auch so ein bisschen thematisiert in meinem Video, ob Ulduar zum Gildenkiller wird oder Gildenzerstörer. Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht gekommen, aber man merkt schon deutlich, dass die Anzahl der Spieler zurückgeht. Ein großes Gegenargument dazu wäre natürlich, dass man dann sämtliche Schwierigkeit, zumindest die wirklich herausfordernden Dinge, aus dem Spiel herausnimmt. Aber für mich persönlich ist das, ich finde das nicht schlimm. Ich habe nicht das Gefühl, dass das dem Spiel wehtut und ehrlich gesagt hatten jetzt hier auch alle die Chance, naja, acht Wochen oder zehn Wochen, also zehn IDs, bereits sich an den Hard-Modes die Zähne auszubeißen und ich meine, die wirklich, wirklich sehr, sehr guten und ambitionierten Gilden haben ja auch bereits in der ersten Nacht sämtliche Hard-Modes bezwungen in Naxx-Ramas-Gier und die hatten quasi die Möglichkeit, diese Schwierigkeit zu erleben und ich habe das Gefühl, die Gilden, die halt wirklich probieren, langsam durchzuprogressen, dass die jetzt halt auch wirklich bei Algalon so langsam angekommen sind. Wobei ich jetzt bei all den Dingen immer wirklich explizit eher über den 25er rede, denn Ulduar ist in der 25er Version deutlich herausfordernder als in der 10er Version. Ähm, mich würde interessieren, wie ist denn eure Meinung dazu, beziehungsweise wo seid ihr eigentlich gerade in Ulduar und würdet ihr das gut finden, wenn jetzt Nerves kommen? Oder wollt ihr lieber noch, nee, wir wollen uns, ihr wollt euch vielleicht länger noch die Zähne ausbeißen an den Bossen oder würdet ihr Nerves eigentlich auch begrüßen? Denn im Endeffekt, ich nehme an, in wenigen Monaten kommt auch die Prüfung des Kreuzfahrers, dann wird der heroische Modus eingeführt und dann gibt es auch eindeutig ja wieder neue, schwere und große Herausforderungen, an denen man sich messen kann und jetzt hat man einfach noch die Chance dann, ja, ein bisschen mehr aus Ulduar herauszuholen, ein paar Items mitzunehmen, vielleicht noch ein paar Twinks zu equippen, ähm, genau, und einfach so die Leute und Spieler bei Stange zu halten. Schreibt mir eure Meinung doch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch meine Videos gefallen, freue ich mich riesig darüber, wenn ihr den Kanal abonniert und das Video liked, ähm, ja, und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß in Ulduar und bis zum nächsten Mal.